moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem zombie video möchte ich euch zeigen wie ihr hier in diesem glitch spot kommt leute hier könnt ihr gut auf headshots gehen allgemein eure waffen leveln und wie ihr reinkommt ist sehr sehr easy ihr braucht auf jeden fall eine selbstwiederbelebung dafür und am besten bevor ihr hier reingeht verbessert eure waffen mit denen ihr spielen wollt am besten nehmt euch vielleicht auch ein messer dabei oder eine wunderwaffe falls euch die munition ausgeht so ich zeige euch jetzt wie ihr hier reinkommt so leute ihr geht ins wohnzimmer dann geht ihr bis zum ende durch hier in diese ecke und wenn ihr dann hier an der wand lang läuft dann geht ihr so ein bisschen nach oben leute ihr läuft so lange nach oben geduckt bis ihr hier an diesem grün blauen licht seit und dann müsst ihr euch von einem zombie töten lassen schaut genauso wie ich nach vorne leute so das dauert jetzt ein bisschen wegen mein jugger so wenn ihr gedauert seid dann haltet die hinlegen taste gedrückt bzw die drucken taste und belebt euch wieder wenn ihr das gemacht habt leute dann könnt ihr noch ein stück weiter nach rechts gehen so wie ich dann geht ihr stück weiter nach rechts so leute in diesem glitsch könnt ihr nicht nach links und rechts schauen nur nach oben und unten aber wenn ihr das so macht wie ich könnt ihr die zombies ganz easy töten indem ihr einfach euren a2 triggert euer aim assist schießt dann auf die zombies falls es doch vorkommt dass irgendwie die zombies zu weit unter euch sind und ihr die nicht töten könnt ihr könnt ihr auch ruhig messern leute also nahkampf angriffe gehen auch oder ihr benutzt wie ich die energie mine mit dem energie mine glitsch also ist auch ganz easy leute so power ups könnt ihr aufheben wenn die zombies nahe genug sterben dann könnt ihr auch die power ups aufheben so das war's mit dem video leute falls euch das video gefällt lasst doch ein like da schreibt mir in die kommentare und für all die die noch kein abo bei mir haben können das an dieser stelle sehr gerne ändern ansonsten ciao bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Bis zum nächsten Mal.